Hallo, ich bin der Patrick aus der Steiermark und uns freut es natürlich ganz besonders, dass die World Winter Games von Special Olympics in der Steiermark zu Gast sind. Und wir als Rotes Kreuz freuen uns darauf. Hallo, ich bin die Anna aus Niederösterreich und ich freue mich schon, wenn unsere Jugendgruppen viele spannende Bekanntschaften mit Athleten aus der ganzen Welt machen. Hallo, ich bin die Sandra aus dem Burgenland und wir sind voller Begeisterung dabei, wenn unsere Red Cross Teenies aus Güssing die Dominikanische Republik begrüßen und wenn die Sunny Kids ausrechnen, dass die Tornau bei den Special Olympics 2017 unterstützt. Hallo, ich bin der Sebastian aus Salzburg und ich bin Christine vom Generalsekretariat und wir freuen uns extrem, dass das österreichische Rote Kreuz mit Special Olympics kooperiert. Und die Jugendgruppen freuen sich auch schon irrsinnig drauf, die Athleten kennenzulernen.